Als Bilanzfrisur bezeichnet man es, wenn das Management die Finanzzahlen sehr, sehr positiv darstellt, also ähnlich wie jemanden, der dann sehr, sehr schön frisiert wird, um besser am Kapitalmarkt dazustehen. Da sind die Grenzbereiche zur Illegalität oft überschritten, manchmal auch nicht, da es da unterschiedlich starke Fälle gibt. Generell sollte man als Investor aber sehr vorsichtig sein, wenn ein Management die Dinge immer nur durch die rosa-rote Brille sieht und immer nur versucht, das Positive herauszustellen und wenig das Negative und das unter den Tisch kehrt. Bei einer Bilanzfrisur sind auch die ganzen Finanzzahlen einfach nicht so aussagekräftig und irgendwelche Bewertungsmaßstäbe dann auch nur schwierig anwendbar. Wenn ich zum Beispiel das faire KGV auf frisierte Finanzzahlen anwende, hat es natürlich wenig Aussagekraft. Deswegen sollte man, wenn es da Zweifel gibt, von solchen Firmen im Normalfall Abstand halten. Erkennt man oft auch, wenn es ein schlechtes Management oder eine schlechte Unternehmenskultur gibt. Jetzt bitte einmal wieder durchschnitt. Vielen Dank.